Ich möchte euch in diesem kurzen Video zeigen, wie ihr Korrelationen mit Datadab Online berechnen könnt. Wenn ihr mit Datadab Online Korrelationen berechnen wollt, müsst ihr zuerst einmal datadab.de aufrufen und dann auf den Statistikrechner klicken. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein Beispieldatensatz vorgegeben. Wenn ihr eure eigenen Daten verwenden wollt, klickt ihr auf Tabelle leeren. Ich habe für dieses Beispiel hier ein paar Beispieldaten vorbereitet und zwar möchte ich mir die Korrelationen zwischen Körpergröße, Gewicht und Alter von einigen befragten Personen anschauen. Ich kopiere diese Daten zunächst in den Statistikrechner von Datadab und dann wähle ich hier unten Korrelation aus. Hier kann man schon sehen, die Variablen, die zur Auswahl stehen, die Körpergröße, das Gewicht und das Alter. Ich wähle alle drei Variablen aus. Es handelt sich bei allen dreien um metrische Variablen, metrisches Skalniveau. Deswegen schlägt mir Datadab auch den Pearson-Korrelationskoeffizienten vor. Ja, und das sind auch schon die Ergebnisse. Die erste Tabelle gibt die Anzahl der gültigen Fälle an, also zehn Fälle schauen wir uns an. In der zweiten Tabelle finden sich dann die Korrelationskoeffizienten. Alle drei Variablen, Körpergröße, Gewicht und Alter, jede mit jedem. Ja, was können wir von den Ergebnissen her sehen? Wir haben hier einerseits eine starke positive Korrelation zwischen der Körpergröße und dem Gewicht mit 0,86. Wir haben eine mittelstarke Korrelation, auch positiv zwischen dem Gewicht und dem Alter mit 0,523. Und dann haben wir noch eine eher schwache Korrelation zwischen dem Alter und der Körpergröße mit 0,275. Was heißt das jetzt inhaltlich? Zum Beispiel bei Körpergröße und Gewicht würde das bedeuten, dass eben eine höhere Körpergröße auch mit einem höheren Gewicht einhergeht und umgekehrt. Auf der rechten Seite könnt ihr dann noch Streudiagramme sehen, die diese Korrelationen dann auch visuell verdeutlichen. Ja, und die letzte Tabelle im Ergebnisfeld ist jene, wo wir die Korrelationskoeffizienten wiedersehen und auch die Signifikanzen. Wir wollen ja, wenn wir Korrelationen für unsere Stichprobe entdecken, auch überprüfen, ob wir diese auf die Grundgesamtheit verallgemeinen können. Deswegen gibt es auch hier Signifikanztests. Was wir hier sehen können, ist, dass die Korrelation zwischen der Körpergröße und dem Gewicht hochsignifikant ist, weil hier liegt der P-Wert unter 5%. Die beiden anderen Korrelationen sind nicht signifikant, wie wir sehen können. Hier liegen wir eben jeweils über der Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Das heißt, die Korrelation zwischen der Körpergröße und dem Gewicht lässt sich auch auf die Grundgesamtheit verallgemeinern. Ja, das war es auch schon von mir. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.